Boah, krass. Schwarzherz Bucht und wir sind First Pick. Da nehme ich mal Xul, wa? Auf der Bucht. Botlane. Puschen. Oh Gott, Abatur. Ja, Abatur Nova, Best. Was nimmst du? Diablo, alles klar. Hoffentlich nehmen die keine Zagara, ey. Das wär richtig episch. Wenn die keine Zagara nehmen, da würd ich mich freuen. Unlucky Joker, den hatten wir doch heute schon mal. Als Mate oder Gegner, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir heute schon mal mit dem gespielt. Okay. Alter, ist wieder so einer, der nur so, nur so Kackhelden spielen kann. Apti-Pause. Lass mich durch. Ich bin Apti-Pause. Ich bin Apti-Pause. Wie kannst du dir sparen? Auto-Attack-Ding? Level 1, meint ich. Wir haben keinen einzigen Auto-Attacker. Achso. Hm. Na gut. Hoffen wir mal, dass unser Rainer, äh, schön, pretty standard skilled. Hey, Hammer, ne? Ich könnte schon wieder ausrasten. Ich hasse Hammer, echt. Da kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Leute den spielen können. Dann auch noch auf der Karte, wo man so mobil sein muss. Kisten hier, Camps da, bezahlen hier und da. Und hast du nicht gesehen. Und bis der mal gesieged ist, ist die Party vorbei. Na ja, immerhin hat der Typ noch Rainer genommen. Die zwei Tanks. Soll ich mal das Damage-Ding ausprobieren? Oh, oder Slow, ne? Oh, oder Slow. Ich hab so viele gesehen, die das Damage-Ding geskillt haben. Na, dann mach das mal. Das hab ich noch nie ausprobiert. Das ist im gleichen, ähm... Gleichen Radius. Ich glaube, nach Ablauf der... Das ist halt, äh, Giant-Killer-mäßig, ne? 15% der Lebenspunkt. Ist so, ne? Ich hab mich echt meinen, dass das funktioniert. Ja, ich mach das jetzt mal. Oh, Mann. War Morales mit dem Hammer pre-made? Ja. Okay. Also, der Hammer-Typ hat wenigstens einen Elite-Skin. Also, der hat den schon ein bisschen gespielt. Das ist ja schon mal was. Ist das der Elite-Skin? Ja. Ja, das ist wie so eine Aura, die regelmäßig Damage macht. Ja. Da mal nörders Ding ein. Da mal nörders Ding ein. Ich wache. Ding. Ey, warte mal, wieso habt ihr unten nicht alle gekriegt? Doch. Ich hab doch alle gekriegt. Dachte gerade. Nein, ich bin nur später losgegangen, weil ich die da nicht verrecken lassen wollte, die beiden. Die machen da übelst die Push-Aktion zu zweit, aber... Oh, jetzt... Die bliebe ab, ne? Nicht, dass du da das Ding auch verlierst. Ah, schein. Ah. Was hättest du gern? Sense oder Skelette? Sense. Ein Freund von Skeletten. Okay, ich hab neun Münzen, ich kann pain. Wär cool, wenn ihr helfen würdet von top aus. Komm mal. Oh, die sind eh nicht da. Ja, läuft. Na nimmer. Lass ihn nicht da an. Elok. Wir haben eine Abnahme. Schick diese Küsten Schiffer. Hilf das mit. Wir haben eine Abnahme. Das ist gut. Oh, Kälter's, Kälter's Ja, 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 ja Kälter's for free So, dann mache ich hier Halt Wir haben ja wenige Auto-Attack Ich erhalte das Gleichgewicht Ja, zurück, 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 zurück Ach, die Schadens-Aura, die hat auch was für sich Na, jetzt sollten wir, glaub ich, mal weg Ja, ja Cool Oh, alles hat auch kein Dings mehr Ja Ich hole mir hier das kleine Lager Lass nach unten gehen Ja, I'm on it Crop Heiß Easy Hier das Camp noch Komm Oh Ah, das ist die Schadens-Aura, okay Ja, genau Oh, die macht doch ganz gut Bums, muss ich sagen Also So, Skelett-Magie Ich bin kein Freund von der Gift-Nova Easy Mode abgegeben Wunderbar Wundergeil Kühn Ah ja Ja, deren Camp Legion Halt ich auch für eine gute Idee Boah, endlich mal Leute, die auf der Karte auf der Botlane sind, ne Achso, mal weiter pushen, okay Andererseits, was wollen die machen, ne? Die sind ja noch nicht mal 10 Alter, nach 7 Minuten schon ein Keep gekriegt hier, oder was? Krass Loll Da ist sie Alter, guck dir die Camps an Ja, noch ein bisschen viele, ne? Hilfe, ich brauche nie Hilfe Ja, da haben wir einmal krass gefeedet, ne? Ja Und alle Münzen verschenkt Alter, da kannst du Minute 7 beenden, Alter Das wäre krass gewesen Uh, der Rayner verliert die Münzen Oh, komm schon Oder? LOL Lauf, Junge Was war? Schlägerei in der Mitte Immer noch Schlägerei um die Münzen Wir haben ein paar gekickt, aber die bezahlen jetzt Ja Tja Da war euer Gitarre Den Der 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 Herr Per Fire Wie hier passiert Der 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 krasses ding ja da gibt es eh schon ab dann helfe ich unten ja 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 sind die schon afk gegangen oder was ich sehe die gegner gar nicht mehr ja glaub schon oder die machen boss auch zu nicht offen wäre ja lol hast du das gerade gesehen ja geisterform weg und dann trotzdem noch festgehalten krass krass Ah, bei denen war das Geflame-Real, glaube ich. Let's win! Krass, der Hemmer, der hätte ich nicht gedacht. Also, da bin ich echt überrascht. Tschüss!